Hallo und guten Tag, mein Name ist Jonathan Marx, bin 39 Jahre alt und seit Februar 2018 bei der Firma Raumtrentense beschäftigt. Nach erfolgreichem Abschluss der Meisterprüfung sowie vielen Jahren praktischer Berufserfahrung bin ich als Bauleiter hauptsächlich verantwortlich für die Planung und Abwicklung unserer Baustellen im Rhein-Main-Gebiet. Natürlich stehe ich Ihnen auch beratend bei der Auswahl des richtigen Bodenbelags in unseren Geschäftsräumen zur Verfügung. Für den Fall, dass Sie eine Verlegung mit uns planen, vereinbaren Sie mit mir einen Aufmachtstermin. Im Anschluss daran erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot. Bei Auftragserteilung stehe ich Ihnen vom ersten bis zum letzten Schritt als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich freue mich über Ihren Besuch und wünsche Ihnen alles Gute. Beste Grüße, Jonathan Marx